Es ist bereits mehr als zehn Jahre her, doch noch immer ist der Mord an einem Säugling, der am 19. Januar 2011 tot in einem Altkleidercontainer im Schwarzenberger Ortsteil Sonnenleide gefunden worden war, nicht aufgeklärt. Noch immer wird nach der Mutter gefahndet, zuletzt auch wieder in der MDR-Sendung Kripo Live. Damals konnte ein Teil der Nabelschnur sichergestellt werden, sodass eine direkte Zuordnung zu einer einzelnen Frau über deren DNA möglich wäre. Doch bislang ist dieses Erbgut europaweit noch nicht wieder gefunden worden. Auch Reihentestungen der Bevölkerung, bislang gibt es rund 3000 Proben, brachten keine Hinweise. Fest steht nur, dass der Säugling, der später Max Winter benannt wurde, gewaltsam den Tod fand. Ein damals 34-Jähriger hatte die Leiche beim Leeren des Containers in einer Plastiktüte gefunden. Ein zweiter toter Säugling wurde im Juni 2012 im tschechischen Rotawa gefunden, der über die DNA als Bruder von Max Winter identifiziert werden konnte. Noch immer sucht die Kriminalpolizei Zwickau nach Zeugen. Wer kennt vielleicht die Frau auf dem Phantombild? Wer noch Hinweise geben kann, sollte sich unter 0 375 428 3333 melden. Für Hinweise, die zum Auffinden der Mutter führen, hat die Polizei noch immer eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.